Ah, da dockt einer an. Willkommen zurück. Beim Terrenkonflikt. Wir sind in Profitbrunnen. Wenn ich mich recht erinnere. Oh. Moment mal. Ähm. Okay. Pirat. Falke. Angreifer. So. Würdet ihr euch mal bitte von meinen Schiffen fernhalten? Sonst gibt es Ärger. So. Waffen sind scharf. Raketen sind scharf. Wie weit sind die noch weg? 24 Kilometer. 9 Kilometer. Alles klar. Pirat. Buster. Pirat. Falke. An Pirat. Buster. Frachter. Falken und Busser. Pirat. Buster. Was? So. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Uh. Frachtraum enthält nun Flammenschwertrakete. Freundchen? Wer war das? Pirat. Pirat. Du. Falken. Angreifer. Frachtraum enthält nun Matos verletzt. Würdest du mal bitte deinen Dreck bei dir behalten? Ihr werdet alles verlieren. Bedauert. Werdes. Nein. Das lebt. Frag Alarm. Rakete im Anflug. Wolltest du mir was erzählen? No. So. Und jetzt du mein Freund. Alarm. Rakete im Anflug. Nein. Rakete nicht im Anflug. Siehste. Tschüss. Nein. Busser. Wo bist du? Da. Wenn ich immer die Flügel stutzen. Du solltest aussteigen. Oktopus. Corsaren. Der Fahrguttransport. So. Noch einer. Ist denn jetzt noch ein bisschen Dreck übrig geblieben? Energiezellen. Na die sind doch schon mal gut. Ferngelenkter Gefechtskopf. Noch besser. Kann ich was mit anfangen? 500 Energiezellen. Wie viel Platz hast du, Freundchen? 1000 zu 1200. Reicht nicht. Tanker. Ja, kann er nicht. Na gut. Muss ich jetzt selber machen. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Bei Turuk. Niemand helfen, Split. Na? Kein Bock auszusteigen? Tschüss. Nein. Asteroid. So. Jetzt seid ihr dran. Wie weit seid ihr dann von den Energiezellen weg? Ernsthaft? Na gut. Äh. C für. Mach ich trotzdem. Also. C für. Kommandos. Vollgemirren. Kommando akzeptiert. Und jetzt. Erweiterte Option. Warenaustausch mit Gaia. Du gibst dem Gaia deinen Sprungantrieb. Sprungantrieb. Transferiert. Genau. Nimmst jetzt den Sprungantrieb von der Nova. Sprungantrieb. Transferiert. Und ich weiche mal den Zeugs aus. Und habe ganz vergessen. Energiezellen. Wo sind denn jetzt? Da oben. So. Wie viel Fracht habe ich frei? 1400. Ich habe 6600 frei? Dann reicht das doch. Dann brauche ich die doch gar nicht übergeben. Dann nehme ich die selber auf. Thema erledigt. Dann kann ich mir die selber auftanken. Oh. Apropos auftanken. Ähm. C für. Energiezellen. Energiezellen. Transferiert. Genau. So. Ich sammle jetzt das Zeug ein. Da kann ich eigentlich ein bisschen was. Oh. Woher kommt da groß? Deladi. Lieferant. Albatross. Guten Morgen. Energiezellen. Da kommt die mal richtig dicke. Frachtraum enthält nun Energiezellen. Und ich habe noch frei für 100. Asteroid. Wespe-Rakete. Energiezellen. Da sind sie. Frachtraum enthält nun Energiezellen. Genau. Da reicht das jetzt für den ferngelenkten Gefechtskopf. Ferngelenkter Gefechtskopf. Der reicht noch. Den nehme ich auch noch mit. Den kann ich nämlich noch verscheuern. So. Jetzt springt mein Tanker nach fortwährende Sünde. Genau. Und den C für liefere ich bei einer Schiffswerft in der Nähe ab. Ja. Kommando. Kommandokonsole. Navigation. Springe in Sektor. Du darfst fortwährend sündigen. Kommando akzeptiert. So. Wo ist jetzt mein... Teladi. Polizei. Bussert. Angreifer. Halt. Geier. Tanker. Teladi. Handelsstation. Ferngelenkter Gefechtskopf. Frachtraum enthält nun ferngelenkter Gefechtskopf. Genau. C für. C für. Jetzt muss ich mal gucken. Kommando. Kommandokonsole. Navigation. Springe und fliege zur Station. Zitadelle des Herzogs war das hier, war. Da. Schiffswerft. Zitadelle des Herzogs. Genau. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Und jetzt muss ich nochmal nach fortwährender Sünde, weil ich vergessen habe, dass sie mir eine Nachricht geben soll, wenn er fertig ist. Kein Ziel. So. Wo ist er? Da. Kommandokonsole. A. Sagst du mir Bescheid. Navigation. Folge bitte. Ähm. Kommando akzeptiert. Grausamer Vorstoß. WTF. Sprungantrieb wird geladen. 10%. 20. 30. 40. 50%. 60. 70. 80. 90. Initiere Sprung. Steuerei Alpha Imperaler Grenzbereich. Erreiche System. Grausamer Vorstoß. So. Wo ist denn imperialer Grenzbereich? Da ist mein Erzfrachter. Gut. Yaki. Raijin. Aufklärer. Wer hat angegriffen? Ziel ist nun in Feuerreichweite. Yaki. Raijin. Yaki. Raijin. Aufklärer. Na gut. Da verscherzt ich es mir mal mit den Yaki. Ich stehe ja da noch nicht schlecht genug da. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Wöö. Freundchen. Ich wollte nur gucken, ob du böse bist. So. Du auch? Blöde Idee von hier Zeugs holen zu wollen. Ich werde immer wieder Probleme damit kriegen. Außer ich postiere hier jemanden und darauf habe ich echt keinen Bock. Ach. Wie viel Eisen habe ich denn hier liegen? 400. Lohnt sich nicht. Ich nehme ihn raus. Ich nehme ihn raus. Gespenst. Gespenstrakete. Entfernt. Dann ist Schluss mit lustig. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Bye bye. So. Wer seid ihr denn hier? Paranit. Militär. Perseus. Verteidiger. So. Was fliegt denn? Oh. Ferngelenkter Gefechtskopf. Viel Geld. So. Wir haben gesagt, imperialer Grenzbereich. Du wolltest nach Pfeil. Rai L. Alpha. Wo ist denn der? Ach. Der ist schon weiter gesprungen. Ja, dann ist er weiter gesprungen. Tor. Tor. Imperialer Grenz. Ferngelenkter Gefechtskopf. Okay. Thema erledigt. Ähm. Da ist er doch schon wieder. Kommando. Kommando. Kommando Konsole. Kommando Konsole. Handel. Warenlogistik. Produzenten und Verbraucher. Produzenten. Warte, warte, warte. Holst du jetzt hier was ab? Hole Ware ab. Genau. Und zwar lösche ich ihn erst, wenn er die Ware abgeholt hat. Weil den Sprung kann er jetzt nur noch machen. Das kann er jetzt noch machen. Und wenn er die Ware abgeholt hat, lösche ich das und dann hat er sich hier. Eingehende Nachricht. Nicht mehr zu blicken. Hä? Nicht mehr blicken zu lassen. So rum. Dann hat er sich hier nicht mehr blicken zu lassen. Frachtraum enthält nun ferngelenkter Gefechtskopf. C für. Danke. So. Ist immer noch nicht da. Dann kann ich jetzt nochmal gucken bei fortwährend der Süde. Ding, bong. Nein. Nochmal. Da. So. Kampftender. Folge. Folge. Schürfer. Wache. Ernsthaft? Folge. Geiert. Ach. Die sind alle da oben. Ja gut. Kommando akzeptiert. Wer ist denn da noch? Schürfer, Schürfer, Geiertanker? Ach, mein Kampftender. Warum bist du denn noch hier? Schürfer, Wache, was wolltest du denn übergeben? Energiezellen transferiert. Moskito-Rakete transferiert. Moskito-Rakete transferiert. Aurora-Rakete transferiert. Konntest du was mit Ion-Disruptoren anfangen? Na egal. So. Schürfer, Wache. Ja, Ion-Disruptoren. Kannst du was mit anfangen? Pass mal auf, dann gebe ich dir noch die... Ion-Disruptor installiert. So. Und jetzt springt der Kampftender. Wieder zurück nach Alman Prime, oder besser gesagt nach Trantor. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Genau. Und der Geier fliegt jetzt erstmal da hoch und sammelt die Videom ein. Wer ist denn jetzt? Ach so, der springt jetzt weg. Und jetzt ist der Geier. Alles klar? So. Und jetzt hier? Ist der schon weg? Tatsache, der ist schon abgehauen. Ähm. Der ist gesprungen nach... Hub. Genau. Kommando. Kommandokonsole. Du müsstest jetzt... Info. Der hat ein Erz abgeholt, die 400. Das heißt... Kommando... Kommandokonsole. Handel. So. Produktliste und Verbraucher. Produzenten. Klick. Danke. Kein Stress mehr. Kommando akzeptiert. Moskitorakete. Waffensysteme. Bereit. Gut. Na klappt doch. Ich bin zufrieden. Bist du eigentlich auch zufrieden? Ich meine mit deinem kurzen Leben als Yaki Pilot. Du bist rot. Alle sind hinter dir her. Und dann kommt irgendeiner vorbei und schießt auf dich. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Süß. Guck mal. Ich habe zwei Waffen. Und ich treffe nicht mal. Ups. Wolltest du nicht aussteigen? Na gut. So. 500 haben wir noch. Dann docken wir mal ganz schnell. Ja. Weite Wege. Wo ist eigentlich die Strecke, wie wir am schnellsten zu einem Ausrüstungs-Dock kommen? Oh Gott, sind das weite Wege. Doch hier. West-Tor. Und darüber. Eingehende Nachricht. Kampftender ist wieder zu Hause. Das freut mich. Ähm. Ach so, hast du ja noch genug. Okay. Erreiche System Paranit Prime. So. Paranit Ausrüstungs-Dock. Morgen. Wie sieht das jetzt eigentlich aus? 256 Mille. Ja. Viel gewonnen haben wir nicht. Paranit Ausrüstungs-Dock. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Was? Ach dahinter. Sie sprechen mit dem. Wie können wir Ihnen helfen? Wer ist das? Tata Di. Ich habe eine. Akzeptieren Sie diesen Auftrag? Nö. Paranit Ausrüstungs-Dock. Tata Di hat keinen guten Auftrag. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen des Priesterimperators Xar ist unser Priesterherzog erfreut, jemanden wie Sie an Bord willkommen heißen zu dürfen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Fünf Stück zu je 26.000. Ferngelenkter Gefechtskopf. Verkauft. Lohnt sich. Aurora-Rakete. Verkauft. Achtung. Was ist das? Meiner. Flammenschwert-Rakete. Kann weg. Flammenschwert-Rakete. Verkauft. Materie-Antimaterie-Werfer sind meine. Mantis-Rakete. Mantis-Rakete. Verkauft. Das sind meine. Müss ich auch mal nachladen. Gut. Abdocken. Und jetzt war hier neben noch eine Mission gewesen. Sie sprechen mit dem automatisierten. Oh. Automationen werden dem unwürdigen Piloten sofort zugesandt. Fabrik hinzufügen. Sind Sie bereit, diesen Auftrag zu übernehmen? Eine Paranidensauerei. Eine Paranidensauerei. Säuerei. Was sagst du? M. L. Kostet 1,2 Millionen. 1,2 Millionen? Und du bietest mir 4? Da kann ich mit leben. Kriege ich die von hier gleich? Natürlich. Natürlich nicht. Natürlich kriege ich sie nicht von hier. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommand... Ach so, das war Tata Di. Sie sprechen mit dem Auto... Der Zeitpilot! Schalt von Ihnen zu hören! Alle Brannen. Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Herrenlose Schiff. Nein. Das ist garantiert ein großes Schiff, was nicht immer in C für passt. So. Dann. Ähm. Wo habe ich denn den stehen? Kommando, Kommandokonsole, Navigation. Kommando, Kommandokonsole, Navigation. Du springst mal nach. Drei... Einigkeit, dritte Erlösung, himmlische Offenbarung. So. Min des Imperators, Dreieinigkeit. Na, klingt doch gut. Undockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Okay. Ich spring jetzt nach Hause. Ach, Min des Imperators soll die hin. Okay. Machen wir. So. Ich spring jetzt nach Hause. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 40, 50%, 60, 70, 80, 90, initiiere Sprung. Nö, der ist noch nicht lange nicht angekommen. Okay, dann werde ich wohl nächste Folge erst reich werden. Erreiche System Trantor. Ja. Dann werde ich nächste Folge reich werden. Und diesmal erst mal auftanken und ein paar Raketen wiederholen. Ich muss ja gucken, ob ich in Aldrin noch meine Raketeneinkäufe habe. Dass ich wieder ein paar neue Raketen besorge. Aber bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Und vor allem genießt den Tag. Ähm. Heute Sonntag, wa? Genau. Dann schön 2. Advent. Also im Kalender steht seid besinnlich. Also seid auch besinnlich. In diesem Sinne. See you later. Andock Vorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt.